hallo ihr lieben wir möchten euch heute mal zeigen wie wir ostern im glas eingefangen haben geht ganz schnell nachzumachen ihr braucht bloß ein bisschen was an deko osterhasen und sowas hat man eigentlich im haus probiert einfach mal schaut ein paar minuten zu viel spaß also wir haben uns zunächst ein großes glas besorgt ich habe jetzt hier solche fünf liter gläser gott sei dank ein paar davon da war einfach schon mal ein bisschen moos rein gemacht ostern und moos passt immer dann braucht ihr ein bisschen deko ich habe mir dafür ein paar osterhäschen gegossen dieses mal aber nicht in braunen tönen oder sowas angemalt ich wollte das mal ein bisschen flippig ein bisschen ausgefallen pink und lila die balken da unten dann hatten wir euch gezeigt wie wir solche glitzernden ostereier uns machen die kommen hier mit rein ihr könnt ja ja nach wahl nehmen was ihr so an ostereiern gestaltet habt oder vorrätig habt und dann wollte ich eine kleine blume pflanze aber diesmal auch künstlich weil die frischen sich gar nicht so lange immer halten muss man ständig wieder nach pflanzen also haben wir ein kirsch zweig genommen einen künstlichen und den damit rein und von oben sollte man ein vögelchen im glas hängen das haben wir hier einfach an der an dem verschluss mit festgemacht dann kann man das glas schließen und hat ostern im glas eingefangen viel mehr braucht dann so in so ein glas auch gar nicht rein ich lasse mein glas so ostern im glas eingefangen ein kleiner ausschnitt von einem zeitpunkt wir wünschen euch viel spaß damit beim nachmachen probiert einfach mal aus in diesem sinne bleibt neugierig denn wir zeigen euch wie es gemacht wird